gegen den 1 aber louis block wieder die können jetzt laufen wenn er wach ist ja der muss ja dann kann man laufen es muss geben wann man laufen darf lassen wir gucken dann macht man nicht mal beobachten ich weiß es es dürfen nicht alle laufen ist aber nur einer vielleicht jetzt nur in der luftträger auf der länge der länge der länge der luftschweiger kann man kurze langsam die ecke geht um mich mal auf ich glaube er kann sogar ein bisschen schneller aber ein bisschen also der input darf nicht lang genug sein wahrscheinlich eine oder zwei sekunden darf halt nicht laufen wir müssen alle Loui! Loui, langsam. Loui läuft wie immer. Warum? Hä? Das sieht so dumm ab. Das ist so dumm, Alter. Oh nein! Und es war doch... Es war doch wieder... Oh, die letzten paar Meter kann ich da sprechen, da hab ich gedacht. Und wieder Geld. Wir können jetzt alle zusammen vielleicht so schrittweise... Ja, einfach immer rechts mit uns stehen bleiben. Ich glaube, so... Lauf ich dir doch einfach jetzt, ein Stück für Stück. Kein Springen. Warum sprichst du denn, Fages? Ich mach nix. Fages, nicht mich hier als Opfer nehmen. Ich mach doch gar nix. Doch, du läufst. Taro, willst du vielleicht auch wieder getragen werden? Ja. Äh... Oh, mein Gott. Ganz leise jetzt. Aus der Ende in der Farbe. Ich kitzel in der Bauch. Was passiert eigentlich mit Taro im Buch? Wenn Chaka sie berührt, mach ich ja nicht. Hallo, du solltest nicht... Du hältst die ganze Zeit gedrückt, ne? Ja, aber das klappt auch. Dalu hat beim Cybermobbing... Ah, hey, ich hab's alles gesehen. Was ist denn? Dalu hat beim Cybermobbing, jetzt hab ich alles gesehen. Nein, 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 da geht noch ein Los. Ich bin kurz auf K... Nein! Du Scheiße. Das war das dümmste, was du jemals gemacht hast in deinem Leben. So, jetzt hab ich alles gesehen. Nein, 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 nein. Lass doch mal grün! Stopp, stopp, ne, 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 dir war gerade... Oh, Suki! Alter, da ist mein Rollator schneller! Dalu macht immer so dolle Schritte, deshalb. Der riskiert dir gerade. Der war so competitive hier. Oh, Jen, hör auf! Lass uns das schaffen, bitte. Schubf nicht da, du! Das Runterfallen zählt auch als Movement. Ja, guys! Jetzt rein! Oh, Alter! Ich bin so nassisch! Leute, ich hab die Kamera kurz ausgewandt, ich ess eben noch was, aber geht gleich weiter. Lass mal easy. Lass mal Louis vor, das Langsame. Einfach sind wir so dringend, dann würden wir alle gewissen. Guck mal, du! Ähm... 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 Was bedeuten die Symbole, wohl? Ähm... Ähm... Ich weiß nicht, was... Es ist eine Ampel. Wenn das eine Ampel sein? Ja! Laufen! Also bei so lange links können wir laufen und bei rechts. stehen bleiben. Also los! Hey Putsche, hey Putsche, hey Putsche! Und ihr müsst alle über das Monster rüber. Aber ihr müsst alle über das Monster rüber, sonst wisst ihr euch dann. Und stehen bleiben, stopp, 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 stopp! Let's go! Nee! Nein! Ah! Und sonst geblägt! Naja, bei Geld kann man doch eigentlich auch schon! Lauf, 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 lauf! Oh! Oh! Das wird das schlimmste Level jetzt mit euch. Das wird mit euch jetzt das schlimmste Level. Das wird jetzt das schlimmste Level. Warum haben die mich gegen geschoben? Nein! Man kann nicht schubsen! Ich hab schon wieder Angst! Wartet, 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 wartet! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, nein! Nein! Ich bin an den Controller gekommen! Ich bin an den Controller gekommen! Nein! Ich bin aus von denen an den Controller gekommen! Warum legst du den innen weg, um meine Tabletten zu nehmen oder wie? Ich hab mich gar nicht weggelegt! Oh Gott! Stopp! Da war ja noch ein bisschen Puffer! Moment, Moment, Moment! Moment, Moment, Moment! Moment, Moment, Moment! Oh, so kann man's auch schaffen! Warum laufen die da unten? Ja, aber Schagg ist mir auf dem Kopf steht! Okay, stopp! Ich hab ab! Okay, aber warum nicht laufen? Da können wir theoretisch sogar auf den Ding anstehen bleiben! Ich bin weg von der Stutture! Stell dir mal vor, du hast den Stickdrift! Du kannst einfach nicht schief! 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 Inter Roberts! Inter zoom! fryseino Ich hab einfach nur Angst! noch machbar ist noch machbar man kann im blog noch schieben der grüne der grüne muss gegen den einsatz gegen den einsam aber louis block wieder was braucht ihr doch gar nicht der siebener muss noch runter wir kommen doch sonst nicht hoch das hätten wir auch gerade ohne schieb das hat nicht gepasst haben wir doch probiert der einsatz nicht mehr und der einsatz hätte locker darunter geschoben nicht nach links die lücke war viel zu klein warum hat sich das viel umgedreht das hat es noch nie gemacht ich hatte einfach recht mein kopf ich halte mich zurück ja mal jetzt bei pokémon unite also die katze die bringen das wird nichts mit springen wird echt knapp loka teams bildet dann kann man einfach drüber laufen wird das zeug und das ding ja geschwindigkeit ist dieselbe ja aber man kann stehen bleiben wenn die ampel rot wird kann man auf dem trampoline verstehen bleiben wenn man übereinander ist wir schieben den jetzt einfach ganz bis nach rechts bis nach rechts genau damit da noch nicht wieder sagen kann der hätte durchgepasst diese scheiß musik ich krieg schon ich krieg schon ich krieg schon er los er wird und los und den oben weg hier unten ja und los ich mach die türe stopp ich bin jetzt noch verkackt oder so am ende auch hier wieso ich kann man ihn nicht mehr wir müssen ja gucken ich glaube die hälfte von uns müssen den angucken mindestens immer oder ja wir müssen den angucken die einer muss den angucken einer reicht nicht bei mir jetzt kann ich glaube wir gucken ihn noch an scheißaufzüge warte 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 und das schafft sogar bei louis ich muss gar nicht drücken der wir müssen kommen lassen wir müssen alle weggucken alle weggucken kommen jetzt kommt doch rüber und jetzt alle weggucken leute ich muss darauf hinweisen dass ich nicht schuld war an der stelle gerade das war knapp genug alle nach rechts und los alle nach rechts kommen ich habe ihn auch ich habe ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn weg gucken ach ne ich habe ihn rein in die scheiße nein goro ich war schon unten beim übrigen wieder nicht mal louis oh Gott Mann ich habe morgen 365 tage am stück gestreamt also jeden fall bei louis und das ist mein highlight du wirst dich immer an diesen tag erinnern ich hol dich doch mal her den geister auf weg gucken weg gucken ganz knapp hallo schuld nein genau ihr mörder ja jetzt vor tschüss bis nächste woche hallo kommt mach doch einfach mal morgens endlich macht natürlich nicht machst du dir nach eben ja mal pause oder ziehst du weiter durch 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 ich bin nicht schuld du wach du wach du wach du wach komm 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 da erstmal da vorne machen besser am stand jetzt kommen springen rüber hier ich bin das nicht blau shuggles guckt die ganze zeit also ha 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 jetzt gehen die ganzen boomers erstmal rüber bitte ja es ist wenn wir nur einer pro phase ich kann dir eigentlich noch drei stunden machen der zählt ziemlich lange da lieber gar nicht drauf tatschen Moment mal naja das sagt er ich glaube ich muss auch mal gucken diese kackmusik alter ich kann es nicht mehr hören nach vorne ein bisschen angucken warte doch mal jetzt kommen lassen der spieler der am weitesten recht steht der guckt immer zum geist alle anderen laufen das wird nichts wir sollten erstmal weg gucken damit der geist kommt damit der der weit vorne steht der dreht sich um damit alle anderen sich bewegen können also geld zum beispiel gelb guckt gelb gucken und jetzt kommen wir weg der vordere spieler guckt der hinteren tut ja auch ein bisschen abspacen kurz bevor wir gucken mal kommen lassen ich gehe alle rüber ich esse mein eis da war immer schön starben junge ganz kommende hallo jetzt war ich war noch ein doch angst der vorne muss auch mal was machen nicht umdrehen ich bleibe ich bleibe ich bleibe ich bleibe ich bleibe ich bleibe ok und hier mal unten her bestimmt egal jedoch er kommt glaube der geist er gibt man ein bisschen recht erlass in den schütteln ich war das voll mit dem schlimmsten level dass sie jetzt das schlimmste level lass doch mal den geist kommen bitte also ich spiele so hat nie wieder also ich gucke ich gucke ich gucke falsch ich habe auch jetzt gesagt ich kann alle kommen ich gucke stopp 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 moment moment wir gucken gucken alle wir gucken ihr könnt los lenken jetzt grün der will einfach nicht auch mal verlieren wer bin ich mal schuld bleiben sie mit dem oder der ist martin karamell das leben ist weil ich habe schon gar nur karamell ist am besten also wie nur karamell jetzt erst mal so weit geht 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 und jetzt mit einer gucken und jetzt können wir kommen lassen okay ich bin ganz hinten okay wo sie schlüssel torro bleibt torro bleibt da einer muss rechts bleiben und gucken ich gucke alle gehen rein bis auf hier rein georg und jetzt ich habe jetzt noch nicht und dann wäre ich da um 8 zu scheiß gamble name kategorie heißt ja auch move and stopp sich jetzt gerade aufladen lassen der batterie wahrscheinlich stehen bleiben wahrscheinlich sobald wir es bewegen geht hier runter nicht bewegen stoppt da haben die wir anderen müssen rüber kommen über den ist doch süß der tut gar nix stoppt 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 wir müssen erstmal ein turm bauen naja schluckig nicht bewegen wenn ich reizung voll ausschätzt vereinsprung geht ihr da muss das unten lang suchen wir alle drei aber die hier oben sind können dann die energie komplett für alle stehen als oben nicht bewegen oh god soll da unten her gehen ja ich warte noch dass wir haben verloren der macht so kompetitive so wie so wie oh mein gott stopp stopp halloi 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 ich habe ich 2 cm nur bewegt haben nein du bist den ganzen weg lang gelaufen und runter gesprungen da war ich gar nicht wahr wirklich ja ich darf stehen der hat schon demenz alter ha 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 jetzt wartet doch mal bis das ist stopp oh 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 did ist zu spät für mich habe ich guck es war aufr urge kommt ich hatte alle von der control危险 auf ist die batterie nur falls du das nicht nicht verstanden hat er lebensbalken das ist doch ich gehe mal okay bei mir brauchst du keine sorgen aber jetzt muss das geht sehr hoch das trampolin oder so ich hasse euch alle als erstes georg schreien ich bin gar nicht immer weil die energie gleich schnell runter geht egal ob einer oder alle das ist nicht richtig es geht nur um die bewegung an sich nicht wie viele gleichzeitig laufen genau es würde niemals mehr weggehen nur weil jenny hallo das war doch voll wartet wenn der akku voll ist kann einer springen die anderen müssen noch in der kommen kommt alle runter ok wenn sie jetzt auch noch mal gelandet werden sich in den schlangen vordrängelt ja doch bei torus sind wir überhaupt nicht leiden kann wir haben wir haben nicht mehr so lang zu leben da muss man dann auch mal prioritäten setzen da kann man doch mal eine schlange vorlassen warte 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 eigentlich nichts passiert wenn einer rüber geht kommt er nicht mehr zurück das heißt wir müssen ja wir müssen los ok gehen wir nach vorne wenn wir es jetzt noch verkacken also rein komme ich so nicht das war ja entspann ich bin so ein spiel einfach nicht mehr ich bin sofort wieder da nicht starten einfach du musst einfach unter friends suchen dann kannst du einfach join und das mit dem baum warte 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 das machen wir noch das machen wir noch durch jetzt ich finde auch klappt irgendwie nicht muss da irgendwas mit gibt es da nichts einzuschreiben habe ich die vier euro hatte ich gerade noch ich werde wieder normal laufen können ohne angst haben zu müssen stehen bleiben zu müssen du musst unter online gehen und dann friends so und dann müsstest du eigentlich james raum finden ja ok online macht spaß mit euch wirklich macht wirklich spaß mit euch auf zu lügen das hat funktioniert ja er connected jetzt wird alles einfacher ich habe gar keine ahnung was ich hier zuhören also mit balui gut dass hier nicht einmal immer das ist nicht mehr ich muss auch sagen duki hat auch viel verkackt heute genau ja duki auch sehr auch verkackt jetzt war die klappe du boomer ja ein toro kann ich springen ich kann nicht springen ich brauche eine Stützhilfe ich habe nur safe für Steam gemacht für Steam weil ich mich kenne ich bin nicht balui ich freue mich jetzt chat das meint hier keiner ernst also hier ist keiner sauer auf irgendwen ja alles nur spaß trash talk du mann oder den millenials ich bin genau dazwischen ich habe echt Probleme darauf warten wir gerade ich bin da wir warten auf also ich kann es auf back for blood alle hacken auf mir rum zum ersten mal dass man es aber jetzt auch wieder mauern kann nein ich kann das nicht was bin ich braun ich bin zu dumm dafür ja die frage ist die frage ist was müssen wir bauen überleben oder eine ganze Reihe das ist eine Reihe einfach leer machen und zehn Reihen müssen wir machen glaube ich das ist aber geil zehn Reihen man wer hat das gebaut ne bleibt auch wie geil ist das wieso kriege ich denn immer die gleichen hässlichen Formen hier das ist aber ich weiß nicht was ihr macht aber also ich bin profi in tetris kein problem easy das einzige was die als problem hat ist er kennt das nicht in farbe ich weiß nicht wie lange ich das noch ertrage ich bin mir die Dinger nicht abgezogen hey das sind zwei Löcher ach nee ich wollte nie Coop Tetris spielen wer hat die denn Coop Tetris alles gegeben das ist aber schon geil also hey was passiert hier warum wird meins nicht mehr Coop das ist Coop Tetris das ist Coop Tetris wer baut denn da rechts Rühen Coop Tetris Coop Tetris rechts vor links hier hau 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 da hul huh super da hat einer meinen Block weggemacht hier machen wir jetzt die Reihe der muss weg jawohl und noch eine und noch eine ich geh ganz los Made��ne Vegpur aber gehn Nein! Nein! Warte. Geh da weg, Lila! Wir müssen nur noch eine schaffen! Schaffen wir nicht! Es ist alles weg! Es ist fest, dass jemand auf die Rot noch mehr verkackt hat. Wir sehen! Wir sehen uns! Nein! Wir sehen uns! Ja! Ja! Das fühlt sich nicht voll gut an. MMO-TWes ist nicht meins. Geht da jetzt rein! Tetris-Spiel den ganzen Tag. Also jetzt nur eine Frage. Kurz mal ruhig. Wer ist gelb? Ja, ich! Ja, warum? Guckt euch mal Balouis weiter an. Wie so ein Krebs ist da durchgetreten. Das ist doch nur... Baloui, Alter! Alter, das war voll gut! Ich hab mir doch nur in die Lücke gegeben. Ich kann doch Tetris, Mann! Warte, ich bin so dumm für Tetris! Ja, das ist geil! Das ist sehr geil! Das ist der beste Modus! Nein! Baloui, Baloui! Hält euch nicht aufeinander! Nicht auf einander stehen! Wieso immer Baloui? Auf meinem Kopf stehst gerade! Geil! Aber ich sage mir, dass das nur dekrativ. Wenn sie wieder aus meinem Personal Space sich verpissen. Ich geh mal links! Baloui! Baloui! Geht mal mit woanders hin! Ich möchte nicht, dass du neben mir stehst. Dankeschön, du riechst! Link! Nach links! Nach links! Nach links! Die Bälle nicht einfach treffen! Sehr gut! Es gibt nur noch einer! Der Linkste! Der kommt! Das ist jung! Na auf! Nicht die Bälle verlieren! Jetzt noch einer! Ich dachte, man könnte jetzt noch passieren! Geh rein! Geh rein! Das wäre geil! Jeder baut bei sich! Jeder baut einfach sein Spiel! Geh doch weg von mir! Nein! Grün hat bei mir gebaut! Grün hat bei mir gebaut! Ist doch alles nach gut! Ich komme hier nur lange, Alter! Was ist denn dann? Nein! Warum denn bei mir? Jeder baut einfach... Baloui! Es gibt auch nur zwei Versionen von Stein! Was tust du denn, Baloui? Hä? Das ist meine Ecke! Nein! Wo ist das? Deine Ecke! Ihr sagt mir! Wo denn gelbe Stein? Was ist denn da mit dem Schreiber? Boah Toro, das ist aber meine Ecke! Hallo! Schönes Loch! Ja, dann dürfen wir auch andere Ecken bauen! Dann haben wir es auch! Guck mal hier! Gork! Gork! Was hast du denn da gemacht? Ich liebe euch! Gork! Schöne unten! Ich komme hier rüber! Toro! Oh Leute, wir werden das nicht mehr gewinnen! Nein! Ich glaube es auch nicht! Ich glaube es auch nicht! Ich glaube es auch nicht! Das war geplant! Ja, das Graue nicht! Guck mal weg! Du hast verkankt! Nein! Ich habe nur... Wenn du mal nicht so eine Ego-Tour fahren würdest... Ich weiß nicht mehr! Ich weiß nicht mehr! Es gibt nur zwei Blöcke! Du kannst es eigentlich perfekt bauen! Wenn jeder seine Scheiße nur machen würde! Nein! Verkankt! Einfach! Geht einfach! Bleibt einfach bei euch! Bleibt einfach in eurer Bahn! Ohne Scheiß, Danu, Dittman, 40 Leuten oder so! Super, das ist bestimmt toll und spürt. Geld, mach doch doch mal fertig da! Chill doch mal, das geht nicht auf Zeit, es geht auf Ordnung und Struktur! Ja, dann halte dich mal daran! Ich hab das vorhin nicht verstanden! Doch, hast du! Nein, Torhüter, sag Gott, droht ja noch nicht! Guck mal, Rot! Hört doch mal rechts auf, diese runterzuballern! Ihr seid zu schnell für Balu hier auf der rechten Seite! Balu will das nicht schaffen! Tut mir leid! Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist los? Jetzt hört auf, die Blöcke runterzudrücken! Balu, ihr musst dich erst konzentrieren! Sag doch, dass wir Blöcke runterdrücken! Was machst du denn hier bei mir? Ich muss absetzen irgendwo! Torhüter, was soll denn das jetzt schon wieder? Könntest du mal gut einen Block zeigen? Ja, aber an mir liegt nicht, ich mache sauber strukturierte, ordentlich strukturierte Blöcke! Schnell, Bau ab da! Hilfe, mein Block ist für mich! Nein! Nein! Ich hab gelackt! Hilfe! Ich hab keinen Platz! Nein, Nila! Was tut ihr denn? Oh, ne! Was ist das, Balu? Nein! Also, es liegt nicht an mir, ich will nur kurz sagen! Ey, der hat ein riesen großes Loch! Balu! Balu! Das ist überhaupt nicht schlimm, gar nichts los! Dann machen wir noch eins, genau! Wenn wir jetzt mal ein bisschen langsamer machen am Anfang! Wenn ihr nicht so einen Stress machen würdet, würden wir das auch schaffen! Jeder lag langsam und jeder hat vier Reihen! Vier Reihen hat jeder! Niemand drückt runter für Speed! Ja, jeder hat vier Reihen! Ja, jeder hat vier Reihen! Alle drücken, Warner, ist das ein Traum! Vier, vier Reihen hat jeder! Egal, alles gut! Erklärt uns mal, wie Tetris geht! Ich schaff's! 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 Ich drück' nicht runter! Ich lass' einfach nur kommen! Mir fehlen halt die anderen Blöcke! Alter, Alter, Alter! Warum fehlen die anderen Blöcke? Es ist... Ja, wo ist das denn? Quadrate! Die T-Blöcke! Ich krieg's nicht mal so hin! Aber läuft, Alter! Ich hab's von mir reingemacht! Hallo! da du was denn da für eine riesen lücke weil hier nur die elsteiner hat ja natürlich bei dir ist das wieder was anderes dann manchmal wieder ein bisschen tempo dann hole ich jetzt bin ich schon wieder ist mir egal was verkackt ja weil sie haben bei ihr keine steine mehr weil sie sagen weil sie raus war aber man konnte ihre reine noch abbauen ja ja du hast also einer nicht also eine hat am ende nur drei rein das stimmt nicht ja doch wo kann ich zwei retro games haben sie verbraten ja mann beide geil also das das täter ist war doch supergeil nicht versucht man einfach nicht zu springen im modus die bälle verloren jetzt hat sich wieder keiner gleich schnell das triggert das dann ja das ist lustig 20 ist das lustigste spiel der welt ausweichen ja das ding muss das ding muss den schlüssel treffen du bist doch einfach nur leertaste drücken wenn das ding kommt er muss doch einfach nur springen wenn das kommt wer ist denn der rechte da ich bin drüber aber gerade ohne zu bewegen nur springen doch ankommen Alter, ihr müsst einfach nur gerade hochstehen! Walui ist gar nicht gesprungen! Er nimmt mal einfach hin die Luft! Walui springt jetzt, wenn der Fall eine Stunde weg ist! Ah, Turmoh! Der ist echt häufig dran! Ja, ich fahr rund! Stopp, stopp, stopp! Stopp, stopp, stopp! Stopp! Walui springt einfach wie so ne tote Katze! Ihr könnt mich mal, Alter! Ich geh nach vorne! Ich geh vorne, komm! Das ist gar nicht! Wir spielen uns nicht alle zusammen! Das ist okay! Die Klappe springt! Die Klappe springt! Du musst doch nur über den Ball springen! Springen! Du musst doch gar nicht gucken, was die anderen machen! Es ist doch absolut egal, was die anderen machen! Oh mein Gott! Toro leg den Stick weg! Du musst nur springen! Ui! Da war der Fehler! Da war der Fehler! Oh! Oh! Ich hab ihn nicht berührt! Ich hab ihn nicht berührt! Oh, ja! Du bist doch schon letzter jetzt! Ja! Oh! Oh! Berühr das denn nicht! Oh! 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 Oh nein! Ich hab die Kuh geöffnet! Es ist halt wie die Hölle! Nee, es ist eine Schuld! Oh! Oh! unterschiedlichen geschwindigkeiten macht das nicht sinn wenn wir alle hinten du hältst du mit dem gesicht auf wahrscheinlich blau oder das immer mal scheiße alter oder war ich jetzt ja dass ich bin raus wie du aber auch jedes mal so ein flugkopfball mit dem ding davon ist schon faszinierend bewegt ihr euch überhaupt noch mal muss da nur x drücken oder der taste also ich bin tatsächlich davon die ganze zeit nicht berührt in rüber gesprungen das ding ist trotzdem verschwunden sachen die kam kann das war doch entspannt am anfang war so lustig und alle haben gelacht ja das ist cool online online nicht aufeinander direkt nach weg von rechts sollten das nur zwei und zwei mal aufeinander stehen also ich bin der mitte stehen zwei personen machen links mehr links noch nicht zu viel ja der muss direkt drauf oder der muss sind das vier wahrscheinlich oder ich bin alleine hier ja ich war alleine rechts und jetzt vier leute oder oder war es hier ja auch schon eine power er durfte ein meter durfte noch wollen eben ja ja ein meter ist dieses spiel programmiert ihr müsst das unter euch weg machen kann das sein und den stopp 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 die bälle die wichtig das machen wir sie brauchen nicht mehr wir müssen ja nicht alles weg machen nicht weiter doch weiter aber nicht bewegen wir müssen uns erst mal einen weg ich brauche noch einen der mit mir köpft ja ja gut kann man kann bereits nicht durch den moment wir müssen nicht springen nicht springen die bälle ein ball genau die bälle bewegen sich hat ich noch mal warum denn den warum nicht den vorn egal nein weil jetzt kann ich doch alle nicht springen und dann gehen auch drei oder 30 da auch drei wollen wir behalten drei ist gut drei ist es weg drei ist noch nicht einmal den vierten weg der irritiert nach rechts köpfen das muss weg hier ja ja wir brauchen hier sonst können wir nicht durch wir brauchen hier ein lobo ich mache eben torwart wir brauchen hier ein lobo ja der kommt gut der kommt gut der kommt gut weiter 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 wir haben nur noch ein wir haben nur noch ein das ist ja jetzt das war ja von anfang an der plan der hat gehangen nein ich kann mich nicht bewegen der kontroller hat nicht reagieren ich komme hier nicht noch jetzt geht er nicht so weit nach rechts oh was macht ihr denn da wir haben den verkeilt rumble los bewegt dich ja doch ich kann nicht doch ein oder das spiel ist ganz schön anstrengend wir müssen damit laufen eine und bringen nein oder gegen springen gegen springer hoch muss gegenspringen was auch wenn wir einfach in der reihe bleiben und ja genau dafür legt sehr nein einfach einfach in die richtung ihr müsst euch alle nur richtig ich bleibe stehen wo es war also schacke steht gut dann guckst du wo der landet da bleibt dann der nächste stehen aber auch einen schritt gehen noch nach links ich habe mein das ist nicht so gut immer ein bisschen vorher springen den letzten ball es lenkt aber extrem also der baller zwei frames unten und oben das problem war eben aber auch beim springen also war einfach völlig wurs mal gucken dave und bei louis welchen platz mit dem Ruh in der Kette heißt. Ich weiß es nicht, du hast mich verschont. Easy. Ja. Ich bin noch einmal. Gott sei Dank, noch einmal. Ich werde es ausgehen, was du noch dreimal machen musst. Oh Gott. Ich bin durch. Ich finde gerade den Game Sound sehr schön. Schreibe ich dazu. Ich muss mich leider verabschieden. Aber Zalu, da sind auch noch nicht. Ich weiß, ich hätte es auch super gerne gespielt.